Das ist jetzt wichtig, das müssen wir auf Zug machen. Und dann den Daumen. Zeige es Ihnen. Auf diesem Lernvideo zeige ich Ihnen verschiedene Versionen und Griffmuster für das Oberkainerbegleiten. Das Wesentliche dabei ist die Balkführung mit der linken Hand. Ganz einfache Grundakkorde für das Begleiten. Wir beginnen auf der zweiten Reihe. Den Gleichton, der Zug und Druck dasselbe. Stellen den Zeigefinger nebenhin und den Ringfinger und drücken. Das ist schon der Grundakkord C-Dur. Und dann ziehen bis G7 sozusagen. Dann rutschen Sie nochmal runter. Also ausgehend vom Gleichton 1, 2, 3. Und wieder Zeigefinger und Ringfinger daneben und drücken. 1, 2, 3, 1, 2. Und jetzt beim Ziehen nur den Mittelfinger hier rüber rutschen. Also die Zeigefinger und Ringfinger lassen sich stehen. Und mit dem Mittelfinger rutschen Sie hierher. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 3, 4. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 19, 20, 21, 20, 21, 21, 21. Das macht einen besonderen Schwung in der Musik. Das macht einen besonderen Schwung in der Musik.